Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag, obwohl mir die Gedanken oder der Gedanke an einen schönen Tag ja im Halse stecken bleibt. Ich bin gerade dabei gewesen, euch ein Video zusammenzustellen, als mich diese Meldung hier erreicht hat. Ich bin im Augenblick nicht in der Lage, irgendetwas Satirisches zu machen, mich über irgendwas lustig zu machen. Die Gewalt gegen Menschen, bisher gegen Kinder, ist in unserem Land alltäglich und in keinem Fall hinnehmbar. An einer Berliner Schule wurden zwei Mädchen gefährlich verletzt, eins davon lebensgefährlich und die Kinder sind sieben und acht Jahre alt. Der Täter wurde festgenommen. Nähere Hintergründe sind nicht bekannt. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden. Ich kann kein anderes Video machen im Augenblick. Mir steckt ein Kloß im Hals. Und es fällt mir extrem schwer, euch dazu aufzufordern, Ruhe zu bewahren, gelassen zu bleiben. Trotzdem meine Bitte, wir wissen alle, wo die Schuldigen sitzen, bleibt trotzdem ruhig, friedrig, gelassen, aber wachsam, aufmerksam. Einen schönen Tag. Wir sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Musik 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 Musik